Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian. Servus aus dem Bayerischen Landtag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frag Fabian, dem Social Media Magazin zur Arbeit von uns freien Wählern, hier im Maximilianeum, in dem es heute um die Frage vom Thomas aus Fürstenfeldbruck geht. Der Thomas hat mir geschrieben, weil er wahrgenommen hat, dass die FDP-Fraktionen aus dem Landtag heraus derzeit Unterschriften in Bayern sammeln für ein Volksbegehren XXL-Landtag abschaffen. Also dafür wird, dass das Parlament, dass der Bayerische Landtag kleiner wird. Und jetzt schreibt er mir, der Thomas, das betrifft doch vor allen Dingen die CSU. Warum seid ihr freien Wähler denn da auch dagegen? Ja, lieber Thomas, vielen Dank für die Frage im Sinne einer Steilvorlage. Deshalb, weil sie mir tatsächlich die Möglichkeit gibt, da etwas aufklärerisch tätig zu sein gegenüber dem, was der ein oder andere derzeit am Infostand in der Fußgängerzone von der FDP erzählt bekommt. Zunächst einmal, um das, was ich anschließend sage, auch richtig einordnenbar zu machen. Es ist völlig richtig, Thomas, wir Freie Wähler haben da eigentlich keine Karten drin, denn der Aufwachs des Landtags, der kommt logischerweise insbesondere über das Thema Überhangmandate. Dadurch, dass die CSU viele Direktwahlkreise gewinnt, aber auf der Zweitstimme nicht mehr so stark ist wie früher, dann gibt es zur Kompensation diese Ausgleichsmandate. Und es führt in der Konsequenz dazu, dass der Landtag etwas angewachsen ist, von den eigentlich in der Verfassung stehenden 180 Abgeordneten, auf der Zeit in dieser Legislaturperiode 205 Abgeordnete. Also ja, es betrifft insbesondere die CSU und wir Freien Wähler könnten uns da jetzt in der Tat einen schlanken Fuß machen und sagen, lass die FDP doch mal Unterschriften sammeln. Und wie das ausgeht, ist für uns eigentlich fast schon egal. Wir haben aber trotzdem, und auch das, Thomas, ist bei dir richtig angekommen, dazu eine Position als Freie Wähler-Regierungsfraktion. Und wir sind der festen Überzeugung, dass das, was die FDP da macht, dieses Volksbegehren, ehrlicherweise mal in meinen Worten formuliert, so ein bisschen billiger politischer Populismus ist. Eine politische Geschäftemacherei, die wohl insbesondere deshalb stattfindet, weil die FDP, die nach aktuellen Umfragen herausfliegen würde aus dem Landtag, etwas Sorge um ihre Wahrnehmung hatte und deshalb versucht, über dieses Unterschriftensammeln, über das Volksbegehren, wieder etwas mehr stattzufinden, in der Hoffnung im Parlament zu bleiben, also wieder über die 5-Prozent-Hürde zu steigen bis zu den Wahlen im nächsten Jahr. Warum habe ich den Eindruck, Thomas? Ich habe den Eindruck deshalb, weil inhaltlich dieses Volksbegehren ehrlicherweise ein ziemlicher Quatsch ist. Und ich will das auch mit ein paar Zahlen belegen. Es ist richtig, dass in der Verfassung steht, 180 Abgeordnete konstituieren den Bayerischen Landtag, 1946 so in der Bayerischen Verfassung festgehalten. Aber man muss halt dazu auch wissen, Thomas, dass Bayern damals 1946 8,8 Millionen Einwohner hatte. Heute hat Bayern etwa 13 Millionen Einwohner. Das heißt, die Zahl der Abgeordneten pro Kopf in Bayern, die Betreuungsquote für die Menschen im Land durch ihre Volksvertreter, die ist sogar massiv schlechter geworden als im Jahr 1946. Selbst mit den jetzt 205 statt 180 Abgeordneten. Der einzelne Abgeordnete ist für größere Regionen und mehr Menschen zuständig, als zum Zeitpunkt, als unsere Verfassung verabschiedet worden ist. Also von einem aufgeblähten Parlament wie im Bundestag kann man da jetzt in Bayern wirklich nicht so richtig sprechen. Außerdem, und auch die Zahlen seien vielleicht genannt, verhält sich es in Bayern so, dass der gesamte Parlamentsbetrieb und alles, was wir als Volksvertretung in Diensten unserer Demokratie, der Landtag ist, die Herzkammer unserer bayerischen Demokratie tun, die Bürger im Freistaat nicht mehr als etwa einen Euro im Monat kosten. Und ich meine schon, dass uns das Demokratie wert sein kann und wert sein muss. Und wenn man das dann mal spiegelt auf den Staatshaushalt, Thomas, dann gelangt man zur Erkenntnis, dass nur 0,28 Prozent des Staatshaushalts überhaupt für diese Demokratie, also für Parlamentarismus, in Bayern ausgegeben werden. Will heißen, es gibt schon ein paar Schrauben, an denen man vielleicht ein wenig sparen könnte, in einem großen Regierungsapparat. Das sage ich auch als parlamentarischer Geschäftsführer einer Regierungsfraktion. Aber ich glaube, ausgerechnet an der Demokratie zu sparen, also an der direkt demokratisch, doch wahrend legitimierten Volksvertretung, daran, dass 205 Leute 13 Millionen Menschen vertreten, das glaube ich, wäre wirklich der falsche Weg. Im Gegenteil, wir sollten schon auch zur Kenntnis nehmen, dass Bayern für sich alleine betrachtet, mal kurz geistig losgelöst von Deutschland, nach Wirtschaftskraft, nach Bevölkerungsstärke, zu den Top 30 Ländern dieses Erdbeis gehört. Wir haben nun mal mehr Einwohner als die meisten europäischen Nationalstaaten, mehr Wirtschaftskraft. Und wenn man dann uns mit Nationalparlamenten vergleicht, dann sind wir eher nicht zu groß. Und ich nehme es auch selber in meiner eigenen Arbeit so wahr, Thomas. Wenn ich sehe, für welche Region ich zuständig bin, für knapp eine Million Menschen regional abgegrenzt, und dass ich eigentlich jeden Abend mit fünf Terminen belegen könnte, dann glaube ich nicht, dass es wirklich gut wäre, wenn wir an Demokratie sparen und nächstes Mal weniger Abgeordnete wären. Deshalb, Strich drunter zusammengefasst, Thomas, uns könnte es egal sein als Freie Wähler, aber wenn ich nach meiner Meinung gefragt bin, dann würde ich sagen, dieses Volksbegehren ist ein ziemlicher Quatsch. Es gibt vielleicht andere Stellen in der Politik, um zu sparen, aber an der Demokratie sollten wir nicht sparen. Und die Ausgaben dafür, die sind in Bayern wirklich auch beherrschbar. Und die Betreuungsquote, die ist heute sogar schlechter, als zum Zeitpunkt der Verfassung. Also nicht alles durcheinander schmeißen, Äpfel mit Birnen vergleichen. Im Bundestag, da gibt es tatsächlich einen krassen Aufwuchs, aber in Bayern ist es ehrlicherweise in Relation zur Bevölkerungsentwicklung nicht der Fall. Und deshalb unsere ablehnende Haltung zu dieser schon ein bisschen Polit-Show der FDP, die gerade in Bayern ums politische Überleben kämpft und versucht damit ein bisschen abzulenken von ihrem bundespolitischen Totalversagen auf vielen Politikfeldern in diesen Tagen. So viel, lieber Thomas, zu deiner Frage. Und wenn auch ihr eine Frage habt, dann macht es wie immer, postet sie unten in den Kommentaren oder schreibt uns eine Mail. Dann geht es nächste Woche vielleicht um euer Thema, wenn ich mich wieder melde aus dem Bayerischen Landtag. Uns wieder heißt Frag Fabian. Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian. Frag Fabian.